Most Infidels fail to recognize the sacred parts of the great spiritual schemes scattered across the hills and valleys But I recognize their scrap as the only treasure Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück So, geht genau da weiter, wo wir aufgehört haben Und jetzt mache ich mich hier auf den Weg zur Unterdüne Und es sieht so aus, als wäre es ein verlassener Flugplatz Ja, danke Ja, es ist jetzt halt wieder, ne Soll ich mir das angucken oder nicht? Ich bin ja dafür, weil, ja, wenn man schon mal da ist, ne Ja, ich fahr mal hin Ja, ey, das macht ja auch irgendwie das Ja, darum geht es ja irgendwie in so einem Open-World-Spiel auch, ne Also meiner Meinung nach, ja Oh, schafft es das oder was? Tatsächlich Was ist jetzt hier wegen der Mission oder was ist jetzt hier das Problem? So, aufs Maul, ne Mal eben den Scharfschützen hier außer Kraft setzen Sooo, Meister Kaputt oder was? So, der Typ hat Loot fallen lassen Das hole ich mir jetzt natürlich So Und, ach, der lebt noch Dritt Also dann Ja, das wäre ja irgendwie blöd Ja, das wäre ja irgendwie blöd Boah, Sonne Ähm, es wäre ja irgendwie blöd Jetzt wegen einem so'n blöden Außenposten hier extra nochmal zurück zu kommen Irgendwie So Dann bin ich mal gespannt Oh Oh my god No That mystical sphere What manner of pagan temple once stood in Focus We're here for the bulbs Das ist ja scharf Das ist ja scharf Das ist ja absolut klasse Wobei ich sagen muss Die Bemerkung, dass er leise sein soll Ist ja etwas schwachsinnig Wenn ich hier mit meinem Auto durch die Gegend fahre Aber okay Oh shit Aber das ist ja mal absolut scharf Aber das ist ja mal absolut scharf Ja, es ist ja atmos... atmosphärisch echt klasse Hahaha Was für ein riesen Areal ist das, ne? Aber das ist schon echt scharf, ja? Also die Liebe zum Detail in dem Spiel Finde ich schon echt beeindruckend Finde ich schon echt beeindruckend So lasse ich meinem Meistermechaniker mal Ein bisschen die Karre flicken Wer weiß was kommt Ja, besser mal uns vorbereitet Und vorne ist doch einer Blöder Wichser Wir können nicht auf die Trades Wir können nicht auf die Brücke Wir werden nicht mehr Gehen weiter Ich mache das Aber schnell Ich fühle ihre rohene Augen auf uns Auf sie Auf sie Oh Gott Gibt noch Ärger hier Das gibt noch Ärger hier Das gibt noch Ärger hier Ja, gute Frage, ne? Oh mein Gott. Aber es sind so Abschnitte wie diese. Ja, wo ich mich dann nochmal extra auf Fallout 4 freue. Das muss ich ja schon sagen. Oh Gott, es ist dunkel. Aber draußen ist es bei mir jetzt im Real Life auch mal wieder hell. Das ist schon Wahnsinn. Mein Gott. Ja. Ja, shit. Ist das hier komplett alles Suchbereich? Ja, dann geht es ja auch. Oh Gott, nee, hoffe ich nicht. Sonst habe ich hier echt ein Riesenproblem damit, den Schrott zusammenzutragen. Scheiße. Oh, diese murkige Homes und Homes. They were once filled with older, worldly goods and treasure. Now, MP. Wir gehen deeper. Until we find what we came for. Das wird ja immer gewaltiger hier. Oh, Mann. Jetzt frage ich mich hier gerade, was mir da unten angezeigt wurde. Ist das tatsächlich jetzt ein realer Suchbereich oder ist der an der Oberfläche? Ich glaube mal her, dass das an der Oberfläche ist. Ich will es doch mal hoffen. Shit. Ja, oh Gott, ey. Naja, gut. Ach komm. Hellen Moment, hä? All this wounded hit, too. Gotta keep on. Ja, es ist schon Wahnsinn, wie groß der Bereich ist. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. We get em, Moussait. We bring em back to the outcryin' big bag in Gaston. We will. We gotta reach them. Not by car, anyway. Oh, it's red lightly. Who knows what terrors they connect for? Ja. Mein Gott, ist es nochmal extra dunkel hier drin. Boah. Wir haben ein paar Leute probiert hier, die Lichterketten zu holen. Scheiße. So, das hier ist definitiv mal, denke ich, im Suchbereich. Also hier werde ich nochmal nach Schott gucken. Aber das ist aber auch scheiße dunkel da drin. Ja, vielen Dank für den Hinweis. Macht es aber ja auch nur da hell, wo ich hingucke. Ah, okay. Da hinten ist Schrott. Hier habe ich auch Schrott gesehen. Boah, die Geräuschkulisse ist gut. Muss ich mal so sagen. Gänsehaut Feeling. Das ist ein Flugzeug. Knapp die Landebahn verpasst, so wie es aussieht. Vorne hängt doch einer rum, oder? Nee. Was? Wo geht es denn hin? Okay. Da geht es nirgendwo weiter. Ja, Munition. Oh. Ja, das klingt nach einem Plan. Oh shit. Oh, der bei mir am Rücken lief gerade einer. Push on. Get the bulbs. Ach komm, nee, hey. Die haben sich drauf, ja. Also, muss man sagen, ja. Just Cause ist bei weitem nicht so schaudrig. Ja, ich meine eben, das Spiel ist ja von Avalanche Studios und ja, die sind ja nochmal berühmt, berühmt für Just Cause. Oh ja, Just Cause 3 wird auch geil. So, sehr schön. Jetzt kann ich ganz entspannt. Haha. Oh. Oh. Hahaha. Gut gemacht. Gut gemacht. Ja, ich meine es gar nicht, warum ich das so, ja. Das ist einfach die Atmosphäre. Der Feind macht mich jetzt nicht so wirklich nervös. Ich meine, gegen die habe ich ja schon ein paar Mal gekämpft. Ja, so sehe ich das auch. Oh, da. Ha, da unten is er. Der Charme. Pff. Ja, das soll ich genug für Twinkle Toes. Ja, toll. Ja, fuck. Scheiße. Scheiße. Es ist dann, wenn man einmal irgendwie den Flow verliert. Oh, was seid ihr denn für ein Idioten? Gut, jetzt muss ich hier aus meiner Wut was machen. Sieht aus, als wollte einer eine Sturz für den Tendranzen haben hier. Oh. Oh. Was ist das? Das ist dann wieder, wie ich das in der vorherigen Episode mal gesagt habe, wenn die Mobs nicht synchronisiert sind. Dann hat man echt ein Problem. So, das war's. Hoffe ich doch. Ja, also wenn die Mobs nicht synchronisiert sind, wenn praktisch die KI unabhängig ist, dann kommt das halt. Und, dass man ja innerhalb von einer halben Sekunde praktisch zweimal Nahkampfattacke kriegt. Und es ist dann praktisch unmöglich, eine saubere Kette aufzubauen. So, dann sieht's aus, als müsste ich mir ziemlich schnell verpissen. Was tue ich dann jetzt auch mal? Musst du nur irgendwie die Orientierung behalten? Ach, hey, Fußgänger. Ja, genau so eine Scheiße wollte ich eigentlich nicht. Ich meine, ist ja nichts passiert, aber trotzdem ist das irgendwie so ein Sterbfaktor für mich. Minen, ich glaub's doch nicht. Gott sei Dank sind die hier nicht so superschwer gepanzert. Ah, aber sieht nicht schlecht aus. Oh, shit. Ha, lebensausgeschafft. Perfekt. Auf zum Outcryer. Da fahr ich jetzt einfach direkt hin. Irgendwann komm ich nochmal zurück hier in die Wüste. Und dann räume ich die Lager leer. Aber jetzt erstmal. Ist es wichtig, dass ich die Mission mal zu Ende bringe? Ja, wir nähern uns Gas Town. Ist schon äußerst spektakulär. Sommers, ja, äh, in der vorletzten Episode, glaub ich, nachts. Ja, sah schon cool aus. So, dann sind wir gleich wieder da. So, was nervt mich. Irgendwie. Das sind immer so kleine kosmetische Hacker. Irgendwie, ne? Da darf man ein bisschen hängen, aber irgendwie nimmt das dann ihren Flow raus. Ach, Jungs, nö. So. Aber es ist schon irgendwie komisch. Irgendwie hat mir das hier gar nichts gebracht. Dass ich die, äh, ne? Die Bedrohung auf Null gesenkt hab hier. Immer noch Verkehr, immer noch Feinde, immer noch Beschuss. So. Geschafft. Oh, Mann. Ja, sieht so aus, ja. Looks like you earned it. Let's see. Well, that could work. Oh. You'll just have a... A little accident. One more thing. You need a partner. Someone cleared from fighting at the Gastown races. Not too many left to choose from. I'd hurry. Ja, irgendwas ist immer, ne? Der Towns mit dem Tod. Hab dem Outcryer gebeten, äh, gegeben, was er wollte. Und er lässt mich beim Gastown-Rennen starten. Allerdings brauch ich immer noch einen Kämpfer. Einen Kämpfer? Wofür? Wofür? So. Hm, also nicht schlecht. So, dass das irgendwie alles beinahe liegt. Was mich aber nochmal interessiert, und das wäre nochmal ein Projekt. Der war unten. Ja, das Grab des Fahrers. So, genau. Jetzt wollte ich hier nochmal eben schnell nachgucken. Irgendwas habe ich, denke ich, kriegt man noch hier. Ach, okay. Ha. Ach so, er hat den Schaden. Ja, komm, her damit, her damit. So, haben wir das auch geupgradet. Sehr gut. Ups. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ja, so langsam, ne? Bin ich auch fahrzeugtechnisch hier gut aufgestellt, so wie es aussieht. So, Kühlerfigur. Was kann denn die? Ein Bonus auf Fahrverhalten. Ach ja, gut. Die habe ich aber schon eine Weile, so wie ich das sehe, oder? Ah, okay. Die ist auch in den Dünen irgendwo. Bonus auf Waffe. Ja, aber die Kühlerfigur da, die ich jetzt drauf habe vorne, die ist einfach, ja, sie ist nicht zu schlagen. So, scheiße. Mein Gott, bin ich verplant oder bin ich verplant? Ich war mir irgendwie sicher, irgendwo mal gelesen zu haben, also hier im Spiel, dass ich irgendwas kriege für die Mission, oder? Ah, oh, da fehlt nicht mehr viel bis zum letzten Booster. Naja, gut, hey, wie dem auch sei, dann beende ich an dieser Stelle mal den Part. Und, ähm, ja, ich habe keine Ahnung, was ich im nächsten tue, aber ihr werdet es mit mir zusammen erfahren. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Endlich mal wieder eine Hauptmission abgeschlossen. Und, ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.